Hey, Doug. Bitte nehmen Sie doch Platz. Mein neuer Boss hat mir gesagt, ich soll mal vorbeikommen und mich testen lassen. Ja, ein psychologisches Gutachten. Es ist ganz einfach. Okay, klasse. Dann wollen wir mal anfangen, Davis. Ich möchte, dass Sie sich vorstellen, dass Sie mitten auf einem Grundstück stehen. Okay. Auf dem Grundstück ist ein rotes Haus, ein grünes Haus, ein blaues Haus und ein weißes Haus. Ja. Der rote Mann wohnt im roten Haus, der grüne Mann im grünen Haus und der blaue Mann im blauen Haus. Okay. Also, wer wohnt im weißen Haus? Der weiße Mann. Nein, tut mir leid, der Präsident wohnt im weißen Haus. Sie sind geistig behindert. Was?